Hallo, ich bin Thorsten aus Berlin. Ich bin hier geboren und habe hier schon immer gelebt. Die Schauspielerei fand ich schon immer sehr faszinierend, weil man damit Emotionen rumspielen muss, was ich sehr gerne tue. Aber leider, leider nie in meinem Leben hatte ich die Möglichkeit, eine vernünftige Ausbildung anzufangen. Niemals. Aber jetzt, jetzt habe ich mir gesagt, ich mache Nägel mit Köpfe. Es ist mir völlig egal. Irgendwann klappt es mit einer Rolle. Denn das wäre das Glück meines Lebens. Egal, was es zu tun gibt. Ich könnte auch als Sänger fungieren. Auch andere Rollen wären möglich. Da ist so einiges machbar. Vielleicht dies oder das oder jenes. Meldet euch. Ciao.